Die große Tour von Dardan startet und die Fans sind schon extrem gespannt drauf. Doch gleich in der ersten Show passieren ein paar Sachen, die so nicht geplant waren. Doch wie professionell der Rapper damit umgeht, beweisen diese neuen Videos. Gemeinsam mit einer Handvoll Rapper hat er die Bühne gerockt. Besonders von seiner verlobten Hava bekommt er ohne Ende Support. Als er einmal aus dem Takt raus war, hilft sie ihm wieder den Takt zu finden, um weiter rappen zu können. Doch manchmal ist er auch von ihrer Schönheit geblendet, dass er seinen Text komplett vergisst. Daraus macht er kein Geheimnis. Als Strafe dafür gibt es später sogar ein paar Liegestütze, damit sowas nicht noch einmal passiert. Die Community von den beiden findet diese Aktionen ziemlich lustig. Sie hatten auf jeden Fall was zu lachen. Außerdem gibt es ohne Ende Videos auf TikTok von seiner Show. Der hat mich so krank, der herrscht die Fragen, seid ihr noch zu sagen? Ich sage, ja, du bist nicht arm, was du dacht zu sagen. Warte, 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 warte. Stop, 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 warte. Ich schwöre, du warst gerade so wunderhübsch, ich habe meinen Text vergessen. Ja, aua, tut mir leid. Ich schwöre, ich kann den Text, oder? Warte, 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 warte. Okay, ich hatte gerade einen Textpatser, es tut mir wirklich leid. Das ist gar nicht meine Art. Dafür werde ich jetzt zehn Liegestütze machen. In einem Moment. Wir können alle mitzählen. Und? Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das darf mir nicht nochmal passieren, ich bin K.O., okay? Ich brauche euch alle, der nächste Song ist GTA, ich will euch alle mitschreiben. An die RapCheck Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr seine Auftritte und was denkt ihr über die beiden als Liebespaar? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.